Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Life is Strange. Wir sind immer noch im Haus von Chloe und suchen nach einem Gegenstand, um das Werkzeug darunter rauszuziehen. Und der Vater hat hier jede Menge Lebensmittel gehortet. Anscheinend bereitet sich jemand auf einen Weltuntergang oder sowas zu. So, die Tür könnten wir jetzt öffnen, aber... Ja, sehr cool. Jetzt ist die Tür also offen. Das bringt uns aber immer noch nichts. Denn wir haben das Werkzeug ja noch nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie wir an das Werkzeug da kommen. Hm, hier können wir nichts mehr nehmen. Wir haben uns darüber auch schon umgeguckt. Da gibt es nur Bücher. Hm, Anrufbeantworter. Komm, wir hören mal den Anrufbeantworter ab. Warum auch nicht im fremden Haus. Chloe, if you're listening. Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered... Told you to stay away from that place. It's dangerous. And you've got no idea what kind of scum we're living out there. Stay away. I'm serious. Mhm. Okay. Ja, die Chloe hört auch anscheinend nicht mehr auf ihren Vater oder andere Leute. Oh, hier haben wir noch einen Sofa. Wir könnten uns hier hinsetzen. Aber warum... Ich will mich ja nicht hierher nicht hinsetzen, sondern ich will das Werkzeug haben. Um unsere Kamera zu rüberrieren. Was haben wir denn da? Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's Weinbottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Okay. Da haben sie also Wein verkippt. Können wir nicht einfach hier dieses Schrohr dort nehmen? Nein, wir können den Karton nehmen. Yes, here's some ancient cardboard. Hm, wie... Huch, ich... Nein, stopp. Ich will nicht drückspulen. Ja. Okay. Können wir das runterschieben? Beziehungsweise, wir konnten das ja runterschieben. Aber was bringt uns das, wenn wir das da runterschieben? Hm, ich weiß. Komme ich überhaupt noch so weit zurückgespult, ist die Frage. Wie war denn das? So konnte ich, glaube ich, weiter zurückspulen, ne? Und mit Shift war das schneller. Ich hoffe, dass wir jetzt so weit zurückspulen können, bis wir beim Werkzeug da wieder sind. Ich weiß es bloß nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, das nicht. Nein. Die Aktion nicht. Die Aktion mit den Sicherheitskameras. Ja, die hat auf jeden Fall etwas entschieden beigetragen dazu. Da haben wir das gelernt. Jetzt holen wir das wieder raus. Und es liegt wieder oben. Und jetzt müssten wir es geschafft haben. Perfekt. So, jetzt schieben wir den Karton nämlich erst drunter. Wenn wir den nämlich dann drunter haben. So, und jetzt können wir das hier nämlich, äh... Nein, das war zu wenig. Okay. Verstehe. Äh, noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Das Werkzeug muss da oben erst rauf. Und wir müssen noch die Maschine ausmachen. So. Jetzt schieben wir den Karton da nämlich drunter. Genau. Schön drunter schieben. Dann machen wir die Waschmaschine an. Und jetzt fällt das nämlich runter und landet garantiert auf dem Karton. Perfekt. Und wenn wir jetzt den Karton da unten rausziehen, sollten wir das Werkzeug haben. Ja, du hast verrückte Skills, Max. Wir haben Skills. Perfekt. So, jetzt öffnen wir das hier trotzdem. Denn diese Tat würde ich ganz gerne wirklich haben. Das könnte nämlich tatsächlich noch eine gute Tat werden, wenn wir der Familie da stecken, dass der hier alles aufzeichnet. So. Dann machen wir mal das hier zu. Super. Ähm, puh, jetzt ist die Frage, wie reparieren wir das Ganze? Wahrscheinlich oben wieder in ihr Zimmer. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hoch gucken. Wir haben jetzt ja das Werkzeug vor. Äh, linke Maus. Nein, das war rechte. Linke Maustaste, um hoch zu gehen. Und dann gehen wir mal hier wieder rein. Kann man das öffnen? Okay, sie liegt immer noch dort. Wir haben ja jetzt das Werkzeug. Äh, Werkzeug. Sie haben die Tools. Schön. Du kannst an meinem Tisch sitzen und Ihre Kamera fixieren. Hm, an dem Schreibtisch, der folgen möchtest. Okay, aber naja gut. Und wir legen niemals die Tasche ab. Ah, ob sie sie repariert kriegt. Anscheinend nicht. Anscheinend ist die Kamera hinüber. So? Ich kann das nicht fixieren. Sind diese deine neue Fotos? Ja. Ich habe sie heute genommen. Lass mich sehen. Warte. Ich habe das vorher gesehen. Äh. Keine Ahnung. Wann hast du das genommen? Du hast diese Fotos genommen, du Brat? In der Bathroom heute. Du hast den Alarm gesetzt. Das ist, warum Nathan raged after you. Es macht total Sinn. Du hast mein Leben. Jetzt sag mir die Wahrheit, Max. Wir waren dort. Ich war da. Hiding in der Körner. Verdammt. Du bist ein Ninja. Ein Ninja hätte Nathan's Kopf ausgelöst. Ich habe nur ein Butterfly-Foto genommen. Das ist so badass. Oh ja, ich habe mich fast verletzt, als ich die Kugel gesehen habe. Also, hast du mich kennengelernt? Ähm. Ich war mir nicht sicher. Ich war nicht sicher. Ich weiß, ich sehe mich ein bisschen anders. Ich war auch schmerzt. Ich konnte mich nicht direkt sehen. Ich bin nicht schuldig, Max. Wie du gesagt hast, es war so ein Tag. Also, du musst uns überhören, unsere Gespräche. Ähm. Ich glaube, wir sagen nicht wirklich. Ich war schuldig. Ich konnte nur von Nathan ranzieren. Also, dann hörst du uns. Okay. Ich habe nur etwas über Geld gehört. Drugs. Aber das ist es. Jetzt für die große Frage. Du hast jemandem gesagt? Ähm. Absolut. Wie in dem würde ich sagen? Wie? Wie in dem würde ich sagen? Wie in dem würde ich sagen? Wie in dem würde ich sagen? Stopp stalling, sister. Der Prinzip. Aber er scheint mir nicht zu glauben. Der Prinzip? Sind Sie noch 12? Hat sie eine neue Kamera vor uns vielleicht? Wäre auf jeden Fall cool. Damit wir weiter Fotos machen können. Tatsächlich. Das war mein realer Vater's Kamera. Ich will Sie es. Das ist so cool. Du erinnerst mein Geburtstag. Aber ich kann das nicht nehmen. Natürlich kann man. Mein Vater würde mich pissed, wenn ich es nicht benutze. Und jetzt weiß ich es, es wird auch gut benutzt. Und ich habe das Bild als Symbol für unsere Reunion. Cool? Ja, natürlich ist es cool. Danke. Das Kamera ist so süß. Jetzt, dass wir das Mushi-Shit aus dem Weg bekommen, fühle ich mich als Stagediving. Lass uns das Ort trinken. Du bist verrückt. Ja, ja. Ich bin total verrückt in dem Gehirn. Lass uns tanzen. Schau dir das Boney-Wheite-Ass. Oder mach meine Bilder mit deiner neuen Kamera. So, ich würde sagen... Äh... Chloe... Chloe... Foto machen. Nee, der Tag kann wirklich nicht mehr merkwürdiger werden, wenn man erfährt, dass man die Zeit zurückdrehen kann. Das Song fucking rules. Kannst du das, Hippie? Komm schon. Rock out, girl. Ja, break it down, Max. Chloe, bist du da? Yo, turn es auf! Turn es auf! Wie viele times haben Sie gesagt, dass du das Punk-Shit verbringst? Dude, die Musik ist nicht even auf! Asshole. Ich komme, wir reden. Oh, kein fucking Weg. Du musst jetzt schlafen. Jetzt! Mein Vater will mich töten, wenn er dich hier findet. Chloe, was ist passiert? Öffne die Tür, bitte. Chill, ich bin veränderungen. Ist das okay? Max, find ein Platz, zu schlafen. Jetzt! Ja, ja, ich... Weiß wo. Äh... Verstecken. Schnell im Schrank verstecken. Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung, der Schrank. Ah, Mist. Äh... Zurückspulen. Blöde Idee gewesen. Nein, okay, nicht weit genug zurückgespult. Äh... So. Okay, wo können wir uns dann verstecken, ist die Frage. Äh, verstecken, vielleicht können wir uns ja da besser verstecken. Auf dem Dach. Wo können wir uns dann verstecken? Ah, wir können die Lampe vorher wegnehmen. Shit. Können wir nicht zurückspulen? Niemand für Ihr Business. Ich mag hier nicht. Stopp, schrecklich. Sie ist nicht ein Stranger. Das ist mein Freund. Great. Ein anderer von deinen Freunden. Schade, ich kann es leider jetzt nicht mehr rückgängig machen, um damit wir uns ein bisschen beeilen können. Oh Gott, ich habe nicht deine schrecklichen Schrank. Du weißt ja, ich glaube, ich glaube in Schrankkontrolle. Warte. Ist das Gras? Hast du wieder hier wieder gepackt? Oh ja, Schrank, Weed. Du hast die Balle. Ich bin schrecklich mit deinem Respekt. Sag mir die Wahrheit. Das ist ein Ordner. Es ist nicht mein Pott. Es ist von Max. Ist das wahr? Äh, ja. Mein Pott. Also du bringst Drugs in mein Haus. Wie geht es, wenn ich die Polizei kenne? Das ist dein schrecklichen Blackwell-Rekord. Du siehst ja, Max. Ich bin schrecklich von diesen Schrankkontrollen, die Schrankkontrollen, die Schrankkontrollen. Missy, du liebst, du liebst, du liebst, zu spüren und zu spüren Probleme. Wie heute Abend. Du hast nichts Schrank zu sagen, jetzt. Du? Geh die Hölle weg von ihr, Mann. Stopp harassing meine Freunde. Du hast keine Freunde. Wie du wissen. Du bist sogar ein realer Schrank. Du bist ein Schrankkontrollen. Du bist ein Soldat, Schrankkontrollen. Und Max, wenn ich dich hier wiedersehen, du wirst alles über die Schrankkontrollen. Dankeschön, dass du das Heat genommen hast. Wir haben totaler Schrankkontrollen den Punk-Hast verloren, Max. Er ist kein Match für dich und ich jetzt. Das war ein episch Wunsch. Naja. Wir müssen jetzt aus dem Fenster springen und verschwinden. Ja, okay, wir verlassen also Chloes Zimmer. Wir müssen also beim nächsten Mal besser drüber nachdenken, was wir tun, damit wir hier nicht von der Schule fliegen. Aber ich denke trotzdem, dass es das Richtige war. Oh, wir sind wieder beim Leuchtturm anscheinend. Okay. Hier, wo alles begann. Dieser merkwürdige, oder sehr, sehr merkwürdige Tag. Für die Arme. Sie hat einen Mord miterlebt. Wow. Und jetzt den Kopf hinter den Freunden. Oh, ein Reh. Wir waren heute schon mal hier, genau. Ich war hier nicht in forever. Warum fühle ich mich, dass ich nur hier war? Oh, das ist der exakt gleiche Weg, den ich heute war während meiner Nacht. Okay, Lighthouse. So, wir laufen mal hoch. Da haben wir nochmal ein Schild. Können wir aber leider nicht angucken. Äh, Tagebuch. Ein Tag. Äh, wir haben einfach mal ein Mail. Äh, ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an. Okay. Versprochen. Äh, KP. Du musst mir noch, äh, dein Geheimnis erzählen. Äh, okay. Äh. Rachel. Okay. Na gut. Ein Lagerfeuer. Graffiti. Trust no one. Okay, vertrau niemandem. Ja. Äh, ein Affe? Okay. Ja, Bigfoot ist ja überall. Der Leuchtturm. Können wir mal angucken, aber glaube ich nicht rein. Okay, abgeschlossen, aber sie würde da gerne wieder rein. Denn in ihrer Kindheit war sie da drin. Und jetzt gehen wir mal zu Chloe. Aber ich würde sagen, bevor wir mit ihr reden, beende ich die Aufnahme und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder bei Life is Strange. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.